...herrenamtlich freiwillig, weil es mir Spaß macht. Und es ist alles vertreten von den studierten Musikern bis hin zu den Musikern, die das erste Mal die Gitarre haben, die wollen einfach mal ausprobieren wollen. Deswegen haben wir da diese Spendenbox errichtet. Also wir mag später. So, jetzt komme ich mal zu dem Lied, die Tisbeckertraut. Peter, kannst du ein Highlight machen?